Wenn aus einem Bild an der Wand auf Knopfdruck ein Fernseher wird, dann ist das The Frame. Im TV-Modus ist The Frame ein großer 4K-UHD-Fernseher mit brillanter Bildqualität. Ausgeschaltet aber zeigt er Werke bekannter Künstler. Der Rahmen aus Echtholz lässt sich einfach austauschen. Wie bei jedem Kunstwerk sind es die kleinen Details, die The Frame zu etwas Besonderem machen. Lückenlose Wandhalterung, nahezu unsichtbare Verbindungen, einfache Bedienbarkeit und automatische Anpassung der Helligkeit an sich ändernde Lichtverhältnisse. Beim Verlassen des Raumes schaltet sich The Frame außerdem automatisch ab, um Strom zu sparen.